Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies und damit auch willkommen bei einem neuen China Video. Heute geht es, wie ich gerade erwähnt habe, einmal natürlich um China, aber vor allen Dingen um die neuen Daten, die rausgekommen sind. Denn die setzen die Wirtschaft wieder etwas unter Druck. Wir sehen heute, es ist leicht negativ befleckt. Wenn wir uns jetzt mal angucken, der CSI 300 mit 0,1% und auch der Hang Seng mit 0,8% ist eigentlich gar kein Problem. Das heißt also, die Indizes haben jetzt nicht wirklich was abbekommen, aber zumindest viele Einzelaktien, die bei uns im Stream oft gefragt werden wie halt zum Beispiel eine Baidu, wie eine Tencent und auch eine BYD. Das können wir hier sehen, sind ziemlich stark abgestraft worden. Wir kommen jetzt gleich einmal dazu, warum das so ist und dann gucken wir uns wie immer die Einzelaktien an. Fangen wir mal ganz kurz an mit dem Warum. Im Prinzip hat sich schon irgendwie was in der letzten Woche so ein bisschen zusammengebraut. Es fing mit dem großen Hafen an. Ningbu kennt ihr vielleicht, ist der größte Hafen der Welt, hat im Übrigen mehr Umschlagkapazität als die drei großen europäischen oder nordeuropäischen Häfen, Antwerpen, Rotterdam und Hamburg zusammen. Also wirklich ein großer Hafen. Und der wurde seit Mittwoch dicht gemacht. Ganz einfach deswegen, weil es einen Corona-Fall gab dort. Und man fährt in China ja aktuell die Null-Toleranz-Politik, auch die Null-Corona-Toleranz-Politik. Und deswegen wurde der komplette Umschlaghafen mit Zoll und so weiter komplett dicht gemacht. Da hat sich schon so ein bisschen was angebraut. Es war jetzt nicht so ganz negativ. Das können wir jetzt hier auch sehen. Im Prinzip in der letzten Woche ging es jetzt deswegen nicht wirklich bergab. Aber da wird natürlich noch was drauf folgen. Ganz einfach, was viele Güter und so weiter angeht. Und dann haben wir das nächste Problem und zwar die Zahlen, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Dort geht es einmal um die Industrie und einmal um den Einzelhandel. Und beide Zahlen haben im Jahresvergleich enttäuscht oder beziehungsweise immer natürlich in Bezug auf die Prognosen, die da vorgestellt wurden, haben sie einfach beide schlichtweg enttäuscht. Denn die Industrieproduktion wuchs nur um 6,4% im Juli. Und das ist ziemlich mies, wenn man sich anguckt, dass die Schätzungen bei 7,8% lagen. Das heißt also rein von der Industrieproduktion waren wir schon komplett unter den Erwartungen. Also was das Wachstum halt wieder angeht. Auch wenn wir uns angucken, im Juni hingegen hatte die Produktion noch um 8,3% zugelegt. Dann ist das halt einfach insgesamt unter den Erwartungen und leicht enttäuschend. Und beim Einzelhandel sieht es dort leider einfach nicht besser aus. Denn die Einzelhandelsumsätze sind mit 8,5% gewachsen. Und das ist ein richtiges Problem, denn die Erwartungen lagen bei 11,5%. Heißt also dort sind wir weit unter dem Schnitt gewesen, was die Analysten geschätzt hatten. Und dementsprechend auch vom Wachstum einfach weit entfernt von dem, was erwartet wurde. Auch wenn wir uns den letzten Monat angucken, den Monat Juli noch, dann konnten wir sehen, dort gab es noch ein Wachstum von 12,1%. Heißt also insgesamt haben wir jetzt so eine leicht schleppende Wirtschaft oder sogar in dem Bereich eine stark schleppende Wirtschaft. Offensichtlich gerade was die Analystenschätzungen dann dazu angeht. Und genau deswegen sehen wir gerade in China ist so ein bisschen, ich sag mal was losgetreten worden. Wir haben jetzt so ein bisschen, ich sag mal einen sehr, sehr schlechten Tag jetzt erwischt. Es könnte sich jetzt durchaus mal durchziehen. Heißt also jetzt könnten vielleicht auch mal ein paar mehr schlechte Tage darauf folgen. Ganz einfach, weil es halt gerade nicht so gut läuft. Punkt 1, diese ganzen Regulierungen, die man jetzt in der letzten Zeit hatte. Und jetzt kommt noch dieses Wirtschaftswachstum, dieses Stottern, das stotternde Motor dazu. Und genau das ist gerade das Gesamtproblem, weswegen China so ein bisschen unter Druck ist. Wir gucken uns jetzt mal die Einzelaktien an. Ich denke mal zum CSI und Hang Seng könnt ihr hier schon sehen, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Und letztendlich sind die noch einigermaßen gleichbleibend geblieben. Außerdem sehen wir hier, die Unterstützung hat auch relativ gut gehalten. Das heißt also, die überspringen wir jetzt einfach mal. Wir gucken uns jetzt trotzdem natürlich die Einzelaktien an. Wir fangen jetzt einmal mit Xiaomi an. Und da hatten wir ja gestern im Stream noch drüber gesprochen. Man hat bei der 200-Tage-Linie so eine leichte Unterstützung gefunden. Dort wurde der Kurs wieder hin zurückgedrückt. Und jetzt ist der Ausbruch nach unten geschafft. Ich kann mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die 24 Hongkong-Dollar jetzt relativ schnell erreichen. Heißt also, eventuell eine Xiaomi-Short-Position würde sich dann doch durchaus anbieten. Das wäre zumindest der erste Weg in Richtung von 24 Hongkong-Dollar. Sollte es weitergehen, dann durchaus in Richtung von 23 Hongkong-Dollar. Das heißt also, dass wir hier erstmal wieder in Richtung des Aufwärtstrends kommen. Das könnte zumindest bei Xiaomi passieren. Wenn wir jetzt mal wieder einen Rebound haben, zum Beispiel fallen wir in Richtung 24 Hongkong-Dollar. Da kauft ihr jetzt vielleicht oder verkauft ihr jetzt ein paar Teile, Anteile von der Short-Position oder komplett, wie auch immer. Dann könnte es hier durchaus wieder einen Rebound geben. Vielleicht auch erstmal wieder in Richtung dieser 200-Tage-Linie. Das heißt also in Richtung 25 Hongkong-Dollar 40. Das wäre zumindest durchaus denkbar. Und damit könnte man vielleicht sogar rechnen, wenn hier dann die Unterstützung gefunden wird. Sollten wir hier nach unten einfach durchbrechen. Dann wie gesagt, wäre das nächste Ziel der Aufwärtstrend bei knapp 23 Hongkong-Dollar 30. Kommen wir nochmal zu unserem Sorgenkind oder meistgefragtesten Kind eher gesagt. BYD. Es ist so, dass wir den Ausbruch über diese 280 Hongkong-Dollar nicht wirklich geschafft haben. Wir sind einmal leicht rübergekommen. Dann haben wir immer wieder das Problem gehabt, dass wir immer wieder gescheitert sind. Sind hier nie nachhaltig über die 278,80 letztendlich rübergekommen. Bis auf den einen Tag der kleine Fehlausbruch. Aber auch dort nicht über die 280 Hongkong-Dollar. Und jetzt wurden wir dann final abgestraft. Wir hatten es halt wie gesagt schon in den Streams immer mal wieder erwähnt. Das geht nicht ewig gut. Dann gibt es manchmal dann auch mal schlechte Tage. Und das können wir jetzt hier sehen. Minus 7,24% ist BYD gefallen. Zumindest scheint es so, als hätte die 20-Tage-Linie hier fürs Erste ihren Job getan und etwas aufgehalten. Da muss man jetzt aber dazu sagen, die Frage ist einfach, wie stark ist diese Unterstützung. Es könnte jetzt hier einfach schlichtweg durchaus auch noch weitergehen in Richtung knapp 240 Hongkong-Dollar. Das heißt also, es könnte jetzt hier auf jeden Fall nochmal weiterfallen. Und das wäre jetzt auch durchaus realistisch. Vielleicht sogar in Richtung dieser Doppelunterstützung. In Richtung 230 Hongkong-Dollar. Das zumindest in nächster Zeit. Vielleicht natürlich, wenn der Gesamtmarkt generell jetzt auch schlecht läuft. In nächster Zeit. Also wir vielleicht auch nochmal in so eine Art Korrektur reinkommen. Oder vielleicht in eine Korrektur. Dann wird es sicherlich weitergehen. Aber jetzt zumindest gerade erstmal kurzfristig wäre es durchaus realistisch, dass wir in Richtung 240 Hongkong-Dollar gehen. Wenn wir jetzt vielleicht eine leichte Erholung haben sollten, dann könnte es auch durchaus nochmal in Richtung 258,80 ungefähr gehen. Das heißt also dort bis zum nächsten Widerstand. Aber man muss hier einfach dazu sagen, es war halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, so ein bisschen voraussehbar, dass wir da irgendwann dann dreidend scheitern, wenn wir nicht wirklich mal nachhaltig ausbrechen. Die Frage ist jetzt, wie stark wird das Scheitern sein? Wir haben es ja letztes Mal gesehen. Hier sind wir auch gescheitert. Sind sehr, sehr weit abgerutscht. Knapp 50 Prozent ist der Kurs zu der Zeit gefallen. Vielleicht geht es dieses Mal auch nicht ganz so weit runter. Vielleicht geht es erstmal jetzt nur in Richtung 230, dann macht man den nächsten Angriff. Vielleicht auch nur bis 240, dann macht man den nächsten Angriff. Jetzt gerade sieht es aber zumindest so aus, als würde man nochmal mindestens bis zu 240 Hongkong-Dollar laufen. Wenn man jetzt langfristig einkaufen will, würde ich glaube ich nochmal abwarten. Ich persönlich zumindest, weil mir das Ganze noch ein bisschen zu unsicher ist. Es könnte jetzt halt durchaus erstmal bergab gehen. Und es sieht jetzt auch gerade so aus, als würde es eher nochmal in Richtung Süden laufen, als in Richtung Norden. Das also zu BYD. Ansonsten muss man aber natürlich auch einfach sagen, ich hatte es gerade schon erwähnt, das hier sind knapp minus 50 Prozent, sogar etwas mehr. Dann könnt ihr euch auch selber letztendlich ausrechnen. Wir haben hier auch plus 100 Prozent gemacht. Das innerhalb von knapp drei Monaten oder mehr oder weniger genau drei Monaten. Da war es klar, dass wir, wenn wir hier nicht ausbrechen, halt einfach diese Konsolidierung nochmal bekommen. Und deswegen wird das jetzt vielleicht sogar eine schöne Gelegenheit für einen Nachkauf, für die Leute, die jetzt schon länger gewartet haben, mal einzusteigen. oder für Leute, die halt dementsprechend tatsächlich schon Aktien haben und nochmal wieder weiter einsteigen möchten. Deswegen kommen wir jetzt mal zu nächsten Aktien, und zwar Wage Ipower. Eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben heute hier plus gesehen, 1,77 Prozent. Letztendlich in dem Marktumfeld gar nicht so schwach, um das mal so zu sagen. Können jetzt hier sehen, wir sind so ein bisschen in diese Seitwärtsbewegung, die wir hier schon mal hatten, reingedrückt worden. Also zwischen 18 Hongkong-Dollar 64, ich mach das mal ganz kurz rot, damit man es besser erkennen kann, und den 20 Hongkong-Dollar 20. Dort können wir jetzt also einmal sehen, wir sind hier drin, könnt jetzt durchaus in nächster Zeit nochmal wieder die 20, 20 in Angriff genommen werden. Auch hier gilt natürlich, wenn wir jetzt wirklich diese Korrektur bekommen sollten, wird es extrem schwer, auch für Wage Ipower sich dagegen durchzusetzen. Dann wäre es durchaus realistisch, dass wir nochmal mindestens hier in Richtung 18, 60 kommen, beziehungsweise eigentlich natürlich um einiges weiter. Dann kann es hier auch mal durchaus nochmal in diesen unteren Bereich gehen, wo wir jetzt lange Zeit waren, im Juli in Richtung 15 Hongkong-Dollar 80. Das wäre zumindest sehr realistisch, wenn wir jetzt wirklich diese Korrektur bekommen. Ansonsten wäre ein Ausbruch hier drüber tatsächlich, über die 20, 20 weiterhin sehr interessant. Das könnt ihr jetzt hier im Prinzip einmal auch sehen. Dagegen konnten wir uns jetzt sehr, sehr lange nicht durchsetzen, gegen diese 20, 20 Hongkong-Dollar. Und wenn wir den Ausbruch hier drüber haben, dann wäre es durchaus realistisch, dass wir die 10% machen in Richtung 22 Hongkong-Dollar 32. Also der Ausbruch hier drüber wäre sehr, sehr spannend. Da kann man durchaus mal ein Augenmerk drauflegen in nächster Zeit und einfach mal gucken, vielleicht mal in die Watchlist reinstellen und dann einfach mal eine Preisbenachrichtigung oder sonst was anschalten. Das wäre auf jeden Fall interessant. Nächste Aktie ist dann tatsächlich SIN Isolar und die sind mehr oder weniger direkt auf der Unterstützung bei 15 Hongkong-Dollar 20 gelandet. Die ist jetzt hier bei 15, 22 eingezeichnet, aber letztendlich sage ich auch immer auf 2, 3 Cent kommt jetzt nicht unbedingt an. So genau ist das Ganze dann jetzt in dem Fall auch nicht. Aber man kann jetzt durchaus sehen, dass wir hier nochmal so ein bisschen gefangen wurden, vielleicht unterstützt wurden. Das heißt, es könnte jetzt hier durchaus vielleicht nochmal einen Rebound geben. Das kommt natürlich auch, wie gesagt, auf den Gesamtmarkt an, aber einen Rebound in Richtung 15, 70 ungefähr, beziehungsweise sollte es weitergehen, dann sogar in Richtung 17, 30 wäre durchaus realistisch. Was jetzt aber gerade noch realistischer wäre und danach sieht es auch gerade aus bei diesem Trend ist, dass es erstmal runter geht und zwar zumindest fürs Erste hier in Richtung der 200-Tage-Linie und Unterstützung in Richtung 14 Hongkong-Dollar 16. Das wäre durchaus machbar, auch in nächster Zeit. Ob man jetzt hier eine Short-Position aufbaut, ist auch eine ganz andere Sache. Wir haben hier letztendlich noch eine Unterstützung, die Oberseite von dieser Seitwärtsbewegung so ein bisschen und da würde ich jetzt nicht unbedingt eine Short-Position aufbauen, weil es mir einfach zu riskant wäre, dass wir hier jetzt zum Beispiel direkt aufgehalten werden und meine Short-Position damit im Prinzip ich dann plus minus null rausgehen muss oder müsste. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt shorten, aber man könnte durchaus von einem Nachkauf vielleicht nochmal abwarten, ob es jetzt tatsächlich auch unter die Unterstützung geht und ob wir dann vielleicht sogar weiter fallen oder ob es sich jetzt hier hält, wieder in dem Bereich und wieder in Richtung 1576 ansteigt. Nächste Aktie wäre dann Baidu und bei Baidu sehen wir, ich mache mal ganz kurz den Abwärtstrend raus, den haben wir schon sehr lange drin, dass wir hier in Richtung Unterstützung bei 148,64 langsam laufen. Es geht gerade auch bei Baidu bergab, wir sind gerade direkt also auf der Unterstützung drauf. Sollten wir jetzt hier tatsächlich noch weiter fallen, dann könnt ihr das hier im Prinzip schon sehen, hätten wir hier in diesem Bereich bei 135 US-Dollar die nächste Unterstützung. Das heißt also der Ausbruch hier nach unten hinweg könnte man durchaus mal als Short-Position benutzen beziehungsweise hier mal eine Short-Position aufbauen. Sagen wir mal Tagesschlusskurs 147,50 und dann in Richtung 135,60 spekulieren. Das könnte man durchaus machen. Wir sehen jetzt hier bei Baidu generell einen sehr, sehr roten Trend, muss man einfach so sagen. Es gibt eigentlich eher nur eine Richtung, zumindest seit Februar, so wie bei vielen anderen Aktien und die ist Richtung Süden und hier wird einfach interessant, wo wird der Boden jetzt gefunden? Wenn der Boden jetzt tatsächlich mal gefunden wird, dann wäre das vielleicht mal eine gute Einkaufsgelegenheit, wenn man hier langfristig investieren möchte. Ansonsten vielleicht wirklich einfach nochmal abwarten. Es könnte jetzt hier einfach nochmal durchaus weitergehen, Richtung 135, darunter auch durchaus hier in die Richtung von 115 US-Dollar. Das bleibt erstmal abzuwarten, wie schnell das Ganze jetzt natürlich geht. Da sprechen wir jetzt ja letztendlich auch über ein paar Prozent, aber zumindest fürs Erste in Richtung 135 könnte es gehen. Was jetzt aber auch interessant wäre, wäre so ein kleiner Rebound. Vielleicht haben wir morgen übermorgen nochmal so eine kleine Erholung am Markt. Vielleicht auch schon heute, wenn die US-Amerikaner dazukommen. Das kann natürlich immer sein, die interpretieren die Lage ja immer etwas anders als wir oder durchaus zumindest als der europäische und der chinesische Markt. Und da da einfach ein sehr großes Volumen ist, kann das durchaus sein, dass wir hier dann vielleicht nochmal eine Gegenbewegung haben oder eine andere Bewegung haben. Es könnte jetzt hier also durchaus sein, dass wir auch nochmal in Richtung 167 US-Dollar kommen innerhalb der nächsten Zeit. Ich persönlich glaube das eher nicht, aber es könnte durchaus hier den Rebound dann geben. Wenn es dann bis hierhin geht, das wäre ungefähr dann also die Oberseite hier dieser Kerzen, dann könnte man sich durchaus mal für eine längerfristige Position überlegen, hier einzusteigen. Das also zu Baidu. JD haben wir uns jetzt auch nochmal ausgesucht. JD ist nämlich auch ziemlich stark nach unten natürlich ausgebrochen. Auch hier gibt es irgendwo keinen Boden. Wir fallen hier schon jetzt seit geraumer Zeit. Es geht eigentlich immer nur weiter nach unten. Jetzt könnte man erstmal damit rechnen, dass es in Richtung 66 US-Dollar 30 ungefähr geht. Heißt also, dass wir jetzt hier auch erstmal weiter fallen, eventuell sogar in Richtung 65 US-Dollar. Sollte es noch weiter runter gehen, wären auch ungefähr die 60 US-Dollar realistisch. Wenn wir jetzt hier aber mal einen Rebound haben, innerhalb dieser Phase ungefähr hier zwischen 65 und 66 US-Dollar, dann könnte es hier durchaus mal einen Rebound in Richtung 69 bzw. 72 US-Dollar gehen. Das ist im Prinzip das, was hier jetzt auch schon mal passiert ist. Das wäre realistisch, aber auch hier muss man sagen, natürlich jetzt gerade auch als Einzelhändler, die Einzelhändler-Umsätze haben nicht so ganz überzeugt. Natürlich auch so ein bisschen kritisch jetzt da, vielleicht der Blick auf JD, aber auch auf Nalibaba haben wir jetzt nicht in der Liste, kommen wir aber gleich auch nochmal zu, gucken ganz kurz drauf, als letztendlich ein Einzelhändler ist. Aber in diese Richtung könnte es jetzt natürlich in nächster Zeit nochmal wirklich kritisch sein. Deswegen würde ich hier mit dem Nachkauf wirklich ganz genau aufpassen. Shot-Position muss natürlich auch nicht immer sein, so eine Aktie kann sehr, sehr schnell drehen, aber zumindest hier einfach mal aufpassen, dass man nicht zu früh einsteigt und sich hier nicht einfach schlichtweg die Finger verbrennen. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu Alibaba. Das können wir jetzt hier einmal sehen. Hier geht es eigentlich auch nur bergab und hier wäre das nächste Ziel 179 US-Dollar, zumindest knapp 179 US-Dollar 50. Da könnte es erstmal hingehen. Wenn wir tatsächlich wieder steigen, dann wäre der nächste Widerstand bei knapp 187 US-Dollar. Letztendlich ist es auch hier so, wir haben noch immer diesen Abwärtstrend. Ich will ja Alibaba schon seit geraumer Zeit eigentlich einkaufen. Letztendlich ist es so, dass es mir noch immer nicht gefällt. Einfach schlichtweg deswegen, weil wir den Abwärtstrend nicht wirklich brechen konnten. Wir sind einmal ausgebrochen hier drüber. Letztendlich ein Tag und seitdem geht es auch nur noch weiter bergab. Deswegen würde ich hier zumindest persönlich auch bei Alibaba erstmal nochmal abwarten, erstmal nochmal reingucken, was jetzt passiert. Für mich persönlich Alibaba nicht kaufbar, bevor wir hier diesen Abwärtstrend nicht verlassen. Und wenn das meinetwegen am 14. September bei 206 US-Dollar ist, dann ist das dort. Aber zumindest davor würde ich persönlich nicht einsteigen. Könnt ihr natürlich anders machen. Wenn wir zum Beispiel einen Boden finden, Richtung 179,50 zum Beispiel, dann wäre das natürlich durchaus machbar, hier auch mal einzusteigen. Bei Alibaba könnte es hier natürlich auch in diese Richtung 179,50 erstmal gehen. Short-Position kann man durchaus aufbauen. Gerade bei dem Trend, den wir hier sehen, könnte man das Ganze natürlich machen. So, das also einmal nochmal ganz kurz zu Alibaba. Dann kommen wir jetzt nochmal zu Tencent und zu guter Letzt im Übrigen nochmal zu Xenny Glass. Gucken wir uns ganz kurz Tencent an. Hier hatten wir so einen kleinen Rebound. Mal eine kleine Gegenbewegung über ein paar Tage. Da wurde sich ja auch offensichtlich schon bei vielen gefreut. Absolut verständlich nach dem Abgang. Und jetzt sind wir schon wieder im Abwärtstrend seit ein paar Tagen. Und heute natürlich auch wieder mit minus 3,5%. Einfach extrem ärgerlich. Wir haben hier tatsächlich den Pfeil eingezeichnet. Es ging zu der Zeit von 415 in Richtung 480 Hongkong-Dollar. Sind da jetzt aber auch wieder abgeprallt letztendlich. Und jetzt geht es gerade wieder zurück zur Unterseite dieses Pfeils. Und deswegen gilt jetzt hier so ein bisschen beides. Den habe ich schon mal eingezeichnet hier. Es könnte jetzt durchaus sein, dass wir in Richtung 400 Hongkong-Dollar wieder fallen. Fürs Erste haben wir aber eine relativ stabile Unterstützung bei 420 Hongkong-Dollar gehabt. Das heißt, wenn es hier hingeht, sollte es natürlich erstmal vielleicht bei 420 einen Widerstand geben. Beziehungsweise eine Unterstützung. Vielleicht hält die dann auch. Wenn nicht, dann sieht es halt eher schlecht aus in Richtung 400. Aber einmal noch ganz kurz dazu gesagt. Natürlich, wir haben auch bei 446 Hongkong-Dollar eine Unterstützung. Und die könnt ihr jetzt durchaus halten. Vielleicht hält die, wenn wir uns das Ganze angucken. Vielleicht geht es dann nochmal runter. Und dann haben wir einen Rebound. Das war auch unter anderem interessant. Dazu müsste aber tatsächlich die Unterstützung halten. Und Tencent ist einfach richtig unter Feuer auch gewesen in der letzten Zeit. Deswegen ist das sehr fraglich, um das mal so zu sagen. Ob er die dann tatsächlich hier bei 446 hält oder nicht. Auch hier gilt für mich ein Nachkauf. Auf jeden Fall abwarten. Selbst wenn ich auf jeden Fall Schieneaktien kaufen möchte, dann würde ich hier nochmal gucken. Außerdem kommen die Quartalzahlen in ein paar Tagen. Das sind in zwei Tagen, also am 18.8. Das wird auch interessant. Kann man dort überzeugen oder kann man dort halt nicht überzeugen? Weil man nicht überzeugen kann, kann es sehr, sehr schnell auch in Richtung 400 Hongkong-Dollar gehen. Wenn man überzeugen kann, dann geht es vielleicht sogar recht fix in Richtung 480 Hongkong-Dollar. Bei den Quartalzahlen, um aufpassen, würde ich jetzt nicht unbedingt traden. Das sei denn, ihr seid euch ganz sicher, dass das Ganze gut geht. Jetzt kommen wir mal zu Xeniglas. Wir hatten die Seitwärtsbewegung hier so ein bisschen und sind jetzt nach unten ausgebrochen. Hier würde sich zum Beispiel jetzt mal anbieten, eine Short-Position aufzubauen. Und zwar eine Short-Position in Richtung von 25 Hongkong-Dollar 10. Hier kommt die 200-Tage-Linie wieder hinterher. Außerdem haben wir die Unterstützung bei 28 Hongkong-Dollar 80 durchbrochen, nach unten hinweg. Wenn ich die Position aufbauen würde, dann würde ich hier bei 29 Hongkong-Dollar ungefähr zumindest den Stop-Loss setzen und dann auf 25 Hongkong-Dollar 10 spekulieren. Das könnte man durchaus machen. Wenn wir jetzt natürlich nochmal wieder einen starken Tag haben innerhalb der nächsten Zeit, das heißt also in der nächsten Phase vielleicht wieder über diese 29 Hongkong-Dollar drüber kommen, dann wäre es realistisch weiterhin, dass wir in dieser Seitwärtsbewegung bleiben und in Richtung 31 Hongkong-Dollar 30 laufen. Der Ausbruch hier drüber wäre dann ganz interessant zu traden, aber man könnte jetzt natürlich auch, weil wir jetzt natürlich mittlerweile da drunter sind, zumindest so in Richtung 29 Hongkong-Dollar, könnte man hier durchaus eine Long-Position in Richtung 31, 30 aufbauen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens gerne abonnieren und liken. Da bedanke ich mich jetzt schon mal für. Außerdem bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war es jetzt nämlich auch mit dem Video. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.